Hallo zusammen und herzlich willkommen bei SchachmattTV. Heute eine super wichtige Strategieeinheit zum Thema Wohin stelle ich die Türme? Zum Beispiel nach der Öffnung, zum Beispiel im Mittelspiel, manchmal auch im Endspiel, wie wir im zweiten, simpleren Beispiel sehen werden. Und ja, das hat natürlich eine riesige Relevanz. Ursprünglich bin ich auf das Thema überhaupt erst gekommen, weil ich so viele Fragen im Einzeltraining, im Gruppentraining und dann auch noch auf YouTube bekommen habe. Dann habe ich mir gutes Material dazu zusammengesucht und jetzt präsentiere ich es euch, nachdem ich es schon ein bisschen mit den Gruppen rumprobiert habe und auch schon auf spannende Punkte gestoßen bin, die für euch besonders wichtig sind. Ich hoffe, euch gefällt es. Ich hoffe, ihr lernt was dabei. Liked das Video, abonniert den Kanal, helft mir zu wachsen. Und erste Frage, ihr seid hier schwarz und leicht wie wir uns sind draußen. Dame steht auch schon draußen. Bauernzüge. Sieht schon nach genug aus. Und jetzt ist die Frage, wo stellt man die Türme hin? Müssen die sich bewegen? Wo sind die Traumfelder? Das ist eine Frage, die stellt sich wahrscheinlich häufig. Ihr könnt, wenn ihr wollt, direkt einfach jetzt pausieren und schauen. Ich würde euch nochmal ein bisschen was erklären, wie man vorgeht, weil das ist bei vielen schon einfach nicht vorhanden, dieses Wissen. Was eigentlich, lernt man das in einer guten Schachausbildung? Aber es ist völlig klar, wenn man jetzt irgendwie während der Corona-Zeit ein bisschen über YouTube angefangen hat, Schach zu lernen und da stärker werden will, dann braucht man so ein bisschen dieses Grundwissen. Was ich zum Beispiel in meinem Online-Kurs versuche zu vermitteln, einfach diese Grundausbildung. Aber auch hier mache ich extra diese Einheiten, damit ihr das einfach erklärt bekommt. Also, wie gehe ich vor? Typischerweise wisst ihr wahrscheinlich schon, lieben Türme offene Linien. Von dort aus, stellt euch vor, hier auf der B-Linie steht kein Bauer mehr. Von da aus kann man wie mit einem Aufzug auf die entsprechende Linie fahren, am liebsten meistens die vorletzte Reihe und von dort Unheil anrichten. So, ist leider nicht immer der Fall. Was Türme auch noch lieben, sind Bauernschwächen. Zum Beispiel Isolanis. Stellt euch vor, hier steht kein Bauer mehr, da steht kein Bauer mehr und ihr, am besten auch hier, habt ihr keinen eigenen Bauer im Weg. Dann ist klar, dann stellt man irgendwie einen Turm hier auf die E-Linie, geht auf diesen schwachen Bauern, der ja nicht mehr gedeckt werden kann durch andere Bauern. Und wenn man häufig genug mit Figuren drauf geht, dann ist er vielleicht irgendwann weg. So, haben wir hier auch nicht. Ich habe es euch schwer gemacht. Also, diesmal eine Situation, also schwerer geht es fast nicht, wo es irgendwie kein, man sieht nicht genau, wo wollen die hin? Jetzt braucht man andere, jetzt braucht man eine andere Möglichkeit herauszufinden, wo die Türme hingehen. So, wie gehe ich vor? Ich würde an eurer Stelle zuerst entscheiden, auf welche zwei Linien ich beide Türme platzieren möchte. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich will unbedingt einen auf der C und einen auf der B-Linie, dann macht es keinen Sinn, den Turm A-Turm zuerst nach C zu stellen, weil dann kann der andere nicht mehr auf die B, dann muss ich wieder zurück und dann muss man mit dem anderen Turm nach C. Wann geht man übrigens, wenn das jetzt jemand weiß, sehr, sehr gut, dann habt ihr meine Videos toll verfolgt oder habt eine krasse Grundausbildung gehabt. Wann geht man auf die C und B-Linien mit Türmen häufig? Okay, das ist eine superschwierige Frage, das wusste ich wahrscheinlich mit 2000 selbst noch nicht so perfekt, beim Minoritätsangriff. Dann ist, wenn man hier Karlsbader Struktur oder so versucht, hier am Blamenflügel anzugreifen, steht man meistens auf C und B. Okay, aber das war jetzt ein Fakt für die Profis unter euch. Okay, also. Zuerst brauchen wir zwei Linien oder müssen uns irgendwie entscheiden, wo wir die Türme haben wollen. Jetzt werdet ihr fragen, ja toll, aber welche sind das denn, diese Linien? Und da sage ich euch so, typischerweise braucht ihr erstmal einen Plan, bevor ihr entscheiden könnt, wo die Türme hinziehen. Und wie entwirft man einen Plan? Ja, also entweder verbessert man die Figuren, hier sind die Figuren aber schon relativ gut, mit Figuren meine ich alles außer Bauern. Oder, und das ist eben das Häufigste, wir müssen schauen, wo können wir Bauernhebel ansetzen. Heißt, wo kann man Bauern tauschen? So, das führt uns schon deutlich weiter. Wenn wir jetzt den Turm zum Beispiel auf die D-Linie stellen, in der Hoffnung, dass Weiß schlägt, wir schlagen zurück, dann hätten wir hier eine offene Linie. Total falsche Herangehensweise, verstehe ich übrigens, also wenn die Bauern hier weg sind, getauscht, getauscht, ist das eine offene Linie. Obwohl hier noch zwei Leichtfiguren rumstehen, heißt sie trotzdem offen. Das wird nur durch die Bauernstrukturen charakterisiert. Figuren kann man ja vertreiben oder wegstellen. Trotzdem falsche Herangehensweise. Hier hat der Turm auf der D-Linie gar nichts zu suchen, weil wir können nicht von selbst aus tauschen. Nur Schwarz kann entscheiden, nur Weiß kann entscheiden, ob Weiß hier die Linie öffnen will oder nicht. Wir können nur mit dem E-Bauern schlagen und dann ist die E-Linie offen. Und genau deshalb gehört ein Turm auf die E-Linie von uns. Weil wir können jederzeit schlagen und dann hat man hier ein bisschen Druck auf den Bauern. Dann steht ein Turm hier auch schon tendenziell der Dame gegenüber. Und ja, die E-Linie ist schon mal super. Was ist die zweite Linie, die wir gerne besetzen würden? Sehr fiese Frage. Selbst in der stärksten Gruppe gab es Probleme damit. Jetzt könnte man vielleicht denken, die C-Linie, weil wir können C5 spielen. Ist nicht so krass, weil auf C5 rückt Weiß vielleicht vor. Wir sehen das gleich noch in der anderen Variante. Also es wird heute nicht nur um offene Linien gehen, sondern ich zeige euch noch eine andere coole Strategie, wo wir das brauchen werden. Aber hier konkret auf C5, D5 ist die Stellung relativ blockiert und wir können irgendwie, also ist jetzt nicht schlimm, aber der Turm ist auf der C-Linie da nicht stark. Ne, ich verrate es euch jetzt. Ich habe ewig lang hier rumgedruckst, aber es ist wichtig, dass ihr das versteht, was ich euch sagen will. Wir wollen den anderen Turm auf der F-Linie. Hm, warum? Deswegen also Turm A, E8. Ich denke mal, den hätten die wenigsten gespielt, weil jetzt könnte man ja sagen, hm, man sperrt ja den Turm ein. Freut mich schon mal auf das zweite Beispiel. Das ist viel simpler als dieses hier, aber, ähm, aber ihr werdet gleich was Witziges sehen, ja. Im zweiten Beispiel. Aber hier, ähm, Turm A, E8. Hm, warum denn auf der F- und auf der E-Linie? Ja, das habe ich gerade schon angedeutet mit den Bauern. Wir haben einen wichtigen Plan mit Schwarz. Welches ist, was ist dieser Plan? Ja, tendenziell F5 zu spielen. Das ist ein sehr guter Bauernhebel und dann sind auf einmal beide Türme super aktiv. Man hat schönen Druck aufs Zentrum. In der Partie kam jetzt F3, stützt schon mal dieses Zentrum. Ähm, wir können auch gleich noch ein bisschen Alternativen schauen. Im nächsten Zug am besten. Also lohnt es sich jetzt nicht, hier zu tief in die Varianten reinzugehen. Ich will das Video nicht zu lange strecken, sondern einfach, dass ihr das danach verstanden habt, wo ihr die Türme hinstellt. Ähm, zum Beispiel kam in der Partie hier Dame E6. Ähm, mit einer, also, warum? Also die Dame will dem, will hier dem Bauern aus dem Weg gehen. Könnte auch nach G6, ist aber nicht so verlockend, die nach G6 zu stellen, weil auf F5 kann der Bauer immer mit Tempo auf die Dame nehmen. Sehen wir gleich, das ist nicht das, was wir wollen. Also Dame E6. Jetzt sind wahrscheinlich noch viele, viele, viele Fragezeichen bei euch. Keine Angst, ich will, dass jeder von euch am Ende versteht, was ich, was ich sagen möchte. Aber ich mache jetzt, ähm, eine kleine Variante. Also ich verrate schon mal so, in der Partie kam jetzt ein ruhiger Zug, Springer C2 und Schwarz hat den Plan perfekt fortgeführt. Aber, als ich das in meiner, in meiner mittleren Gruppe, diese Stellung hier gezeigt habe, habe ich die Frage bekommen, was denn auf D5 passiert. Ich frage euch, was haltet ihr von D5? Ja, ich denke mal, viele eure Gegner würden auf Dame E6 hier D5 spielen, einfach weil es mit Tempo kommt, die Dame angreift. Dame angreifen, sieht super aus. Verschlechtert die Stellung um circa eineinhalb bis zwei Bauern. Richtig schlechter Zug. Warum ist der Zug so schlecht? Hat zwei Hauptgründe, man kann noch mehr finden. Aber wir wollen die wichtigsten Gründe. Okay, Grund 1 sieht man relativ leicht hier. Springer C5 ist ein Vorpostenfeld. Gibt keinen Bauer mehr, der dieses Feld jemals nochmal angreift. Der Läufer hat auch die falsche Farbe. Sieht man übrigens nur leicht, wenn man sich schon mal ein bisschen mit so Vorpostenfeld und sowas auseinandergesetzt hat. Gehört auch wieder zu dieser Grundausbildung, die ich hier auf dem Kanal und auch vor allem in dem Kurs versuche, euch zu vermitteln. Also Springer C5, super Feld. Was ist das zweite Problem? Das ist jetzt weit gedacht und das ist schwierig, darauf zu kommen. Deswegen sage ich es euch direkt. Weiß blockiert das Zentrum so krass, dass Weiß eigentlich gar keine Bauernhebel mehr hat. Der Zug hier, der ist völlig aus dem Spiel. Es sind einfach zwei Bauern drauf und sogar noch ein Springer. Der Bauer kann nicht mehr ziehen, der Bauer kann nicht mehr ziehen. Zu dem kommen wir gleich. Der einzige Bauer, der irgendwie noch interessant ist, ist hier dieser A-Bauer. Aber der ist nicht interessant für Weiß, sondern für Schwarz. Habe ich ein bisschen falsch jetzt gerade betont. Aber also Springer C5 und zum Beispiel da mit D7 oder auch Läufer C8, Läufer D7 und der Bauer ist so gut wie weg. Das ist ziemlich krass. Das schauen wir uns gleich an. Zum Beispiel Springer C5. Wenn der Läufer anfängt zu decken, haben wir Läufer A6. Sieht man gleich in der Hauptvariante nochmal was ähnliches. Deswegen will ich jetzt nicht zu tief drauf eingehen. Aber dieser Bauer hier ist ein Riesenproblem. Wenn der mal weg ist, der A-Bauer auch stark. Und als Beispiel der letzte, den letzten Vorstoß. Also, sorry, ich mache eine kurze Pause, weil ich möchte euch hier was Wichtiges sagen, dass ihr den großen Zusammenhang versteht. Warum reitet der Typ jetzt hier auf D5 rum, wenn es eigentlich nur um die Türme geht? Weil das ist jetzt einfach ein anderes Thema. Das ist eine Strategie. Da hat es meine mittlere Gruppe ungefähr so eine Stärke von so zwischen 1300 und 1700 auf Leechers. Naja, vielleicht auch teilweise ein bisschen stärker. Aber auf jeden Fall, hier kam die Frage nach D5. Und für mich ist es total offensichtlich, dass es ein schlechter Zug ist. Aber ich möchte, dass ihr auch, dass euch das bewusst ist, wenn ein Gegner spielt, wie man das ausnutzt. Das ist ein Zug, der legt einfach das Zentrum fest. Und man hat jetzt mit Weiß super schöne Ziele. Hier zum Beispiel diese Bauern und einfach schöne Felder. Und was ist denn auf F4? War nämlich die nächste Frage. Verliert nochmal glatte zwei Bauern. Die Stellung ist schon total gewonnen für Schwarz. So, Stockfisch sagt ungefähr 4,5 Bauern. Vorteil für Schwarz. Warum ist das so krass? Wie spielt man? Ja, man schlägt den einfach raus. Und es gibt riesen Probleme mit dem E-Bauern. Hier kommt noch ein Springer nach C5. Zum Beispiel Turmschlägt deckt den Bauernwegs noch ein bisschen. Es sind überall schöne Felder. Auch die Dame kann hier auf dieses schwarze Feld. Die schwarzen Felder werden nicht so gut gedeckt. Zum Beispiel erstmal Springer C5. Und dann auch noch eine krasse Drohung, nämlich zum Beispiel F5. Bauer ist gefesselt. Der Turm kann nicht nehmen. Den nehmen wir einfach raus. Der Bauer ist gefesselt. Die Dame würde hängen. Man gewinnt schon Bauer. Aber das ist einfach eine geile Stellung. Läufer A6. Der ist auch schwach. So. Genug. Ich weiß, ich bin jetzt ein bisschen abgewichen. Aber trotzdem waren das wichtige Themen. Und wir schauen uns jetzt hier das nächste an. Einfach wie es kam. Turm A E8. F3. Dame E6. Springer C2. Deutlich besser. Einfach ein bisschen ruhig halten. Nicht zu viel machen. Aber was? Wie spielt Schwarz weiter? In dieser Stellung. Wer das findet? Sehr, sehr gut. Ja, die Türme, die stehen perfekt platziert. Der Springer ist gut. Der Läufer zielt auch aufs Zentrum. Die Dame steht gut. Es wird einfach Zeit hier, jetzt auch mal zur Aktion zu kommen. Wenn man hier schon sich so schön aufgestellt hat. Wenn alle Figuren gut stehen, muss man meistens wirklich was machen. Und zwar hier tauschen. Bauer schlägt zurück. Und den Zug F5. Und jetzt merkt man auf einmal, wow. Gibt riesen Probleme auf E4. Und zum Beispiel Turm A E1 deckt hier diesen E-Bauern. Könnte man zum Beispiel rausnehmen. Vielleicht den Turm schlagen. Weder Läufer noch Turm können nehmen. Sonst hängt E4 wirklich. Also zum Beispiel König schlägt. Und jetzt denkt daran, was ist mit diesen Bauern. Ja, richtig fieser Zugläufer C6. Vorsicht, die Gabel, die hier droht. Und ist gar nicht so krass. Wir ziehen einfach mit Schacht zur Seite und nehmen dann den Bauern. Und wie lässt sich der decken? Naja, der Springer kann nicht. Der Läufer kann nicht. Die Dame kann nicht. Nur der Turm kann. Und wenn der Turm den deckt, dann gibt es verschiedene gute Züge in der Stellung. Aber man könnte auch nehmen. Oder erstmal Schacht geben. Dann nehmen Fesselung aus. Also es bricht zusammen. Man merkt hier schon, es sind zu viele Bauern auf dieser Reihe. Und jetzt allerletztes. Ganz, ganz kurz. Ich weiß es lange an diesem Beispiel. Aber ich hoffe, ihr versteht das jetzt. Wie schön diese Türme hier sind. mit der zentralen Idee vorzustoßen. Wenn jetzt hier zum Beispiel F4 kommt. Entschuldigung. Nach F3, Dame E6. Dann F4. Könnte man auch einfach schlagen, schlagen. Und das sind zu viele Bauern nebeneinander. Und jetzt hängt halt dann der. Das wollte ich einfach nochmal gesagt haben. Hier hat weiß sehr wenig Möglichkeiten. Und man muss schön die Türme auf die richtigen Linien stellen. Stell dir mal vor, wie wenig Bisses hat, wenn die irgendwo anders stehen. Und dann durchziehen. So. Jetzt noch ein zweites Beispiel. Diesmal sind wir schwarz. Und ich, hier habe ich nicht so viel zu sagen, wie beim Beispiel davor. Aber einen sehr wichtigen Punkt, der euch viel, viel bringen wird. Denn ich sage mal hier, in dieser Stellung würde ein Großmeister wahrscheinlich in unter 10 Sekunden den Zug spielen. Also, fast alle starken Spieler, glaube ich, würden hier automatisiert den technischen Zug spielen. Welcher ist es? Okay. Erstmal super lehrreiche Stellung aus vielen Aspekten. Frage ich euch, wer steht besser? Ja, fiese Frage. Weil ich zeige ja aus der schwarzen Perspektive, könnte man meinen schwarz. Nein. Wenn ihr trotzdem gesagt habt, weiß sehr gut. Warum steht weiß besser? Wir sind im Endspiel. Wichtigster Punkt. Weiß hat den besseren König. Weiß hat die C-Linie. Und unten schwarz hat den Isolani-Bauern. Also steht weiß offensichtlich besser. Und wir müssen mit schwarz hier versuchen, gut zu verteidigen. Gibt auch einen schönen Remis-Weg. Wie ist der? Okay, ja. Der sagt ja, hier geht es irgendwie um Türme. Also muss man einen Turm spielen. Naja, also ist logisch. Die beiden Türme sind passiv. Wir müssen einen aktivieren. Wohin? Wahrscheinlich auf die C-Linie. Sonst dringt hier der weiße Turm ein. Also müssen wir jetzt die C-Linie besetzen. Wenn wir hier zum Beispiel zu langsam sind und irgendwie A6 spielen, dann steht es so direkt gewonnen für Weiß nach zum Beispiel Turm C7. Wenn der Läufer nach C6 geht, kommt F4. Springer zieht, der Läufer hängt. Das ist eine grauenhafte Stellung. Also einfach schlecht. Wir müssen die C-Linie besetzen. Und die Frage ist jetzt, mit welchem Turm? Okay. Könnt ihr auch nochmal pausieren, nachdenken. Hier gibt es eine relativ klare Antwort. Die Engine bevorzugt die auch. Sieht es jetzt, also das ist auch dafür, dass man den Turm nimmt. Und den F-Turm höre ich hier fast nie. Ich habe die Stellung jetzt schon insgesamt mit allen Gruppen schon einigen Leuten gestellt. Und hier kam hauptsächlich Turm AC8 als Antwort. Sieht ja auch logisch aus. Wer will denn schon den A-Turm einsperren? Aber das ist deutlich schlechter. Warum denn? Zeige ich euch gleich. Es gibt einen klaren Grund, weshalb wir den F-Turm nehmen. Und die offensichtlichste Frage, finde ich, ist, ja, Schwarz hat die schlechte Bauernstruktur. Basti sagt immer, bei schlechterer Bauernstruktur ist Endspiel gut. Warum tauscht man hier nicht alles ab? Also alle Türme. Relativ klare Antwort. Der Turmtausch hat hier in dem Fall eher Schwarz geholfen, weil Weiß kann mit den Türmen nicht mehr vor diesem Isolani verdoppeln. Und was ist der Schwarze Plan? Ganz, ganz wichtig. Essentiell. Wahrscheinlich wichtigste Endspielregel. Wenn ihr das wisst, könnt ihr in einigen Endspielen gut überleben. König aktivieren. Wichtig. Leichtfiguren. Circa 3 Bauernwert. König von der Schlagkraft her. Circa 4 Bauernwert. Hier muss man Turm auf 8 spielen. Und dann den König aktivieren. Und hat hier, also die Stellung ist zwar ein bisschen besser für Weiß, aufgrund der besseren Bauernstruktur. Aber wir schaffen es hier, den König nach D6 zu bringen. Und er hält hier alles fest. Und jetzt kommt Weiß nicht mehr so leicht weiter. Okay. Weshalb jetzt den F-Turm? Na, ich habe das im Prinzip gerade schon ziemlich erklärt. Ihr müsst nur noch mal kurz aufpassen. Was habe ich gesagt? Was ist die wichtigste Endspielregel? Genau. König aktivieren. Hier, wenn wir den A-Turm nehmen, sperren wir den König ein. Das wird gar nicht so leicht, den rauszukriegen. Muss man irgendwie, sagen wir jetzt kommt zum Beispiel irgendein Abwartezug, muss man so komisch mit F6 probieren. Aber auf F6, F4, Springer zieht zum Beispiel. Irgendwie nach C6 und läuft auf F3. Ist alles ein bisschen langsamer. Und der Bauer, der sieht schon relativ schwach aus. Also es verliert Zeit und schwächt auch ein bisschen die Stellung. Jetzt nicht gigantisch, aber schon ein bisschen. Also der F-Turm ist einfach präziser. Ist der technische Zug, weil wir den König rausbringen müssen. Also es ist auch wichtig, das zu bedenken. Vorne haben wir den extra eingesperrt. Jetzt stellen wir ihn raus. Also es liegt einfach daran, dass der König aktiv werden muss. Und als Beispiel, in der Partie kam jetzt der Zug B3. Und, ja, wie spielt man? Ja. König F8. Unbedingt den König aktivieren. Jetzt habe ich hier die Frage bekommen. Du hast doch gerade gesagt, dass alle vier Türme vom Brett tauschen richtig gut ist. Warum tauscht man denn nicht und spielt dann Turm C8? Ja, gibt hier eine relativ klare Antwort. Das ist taktisch einfach schlecht. Wenn ihr das als Lösung hattet, ist das auch nicht schlecht. Weil das konnte man wahrscheinlich jetzt während des entspannten Videoschauens nicht sofort sehen. Aber tauschen, tauschen. Was macht weiß am Zug? Gewinnt einen Bauern. Springer B5. Greift den Bauern an, wenn der vorzieht. Springer D8. Läufer, Bauer angegriffen. Und wenn ihr euch jetzt denkt, was ist denn mit Springer C6? Dann kommt Springer D6. Greift wieder den Läufer an. Und wenn der Bauer jetzt den Läufer deckt, dann wird weiß sehr schnell sehr aktiv. Und gewinnt auch diesen Bauern hier. Auf verschiedene Arten und Weisen. Zum Beispiel draufgehen, dann Läufer tauschen und dann hängt er. Oder mit dem Läufer drauf. Dann den Läufer tauschen Springer schlägt. Also das ist einfach ganz konkret hier. Das Türmetauschen nicht so schlecht. Nicht so gut, weil man tauscht. Der Läufer zieht und weiß es am Drücker. In einer bisschen passiven Stellung mit dem Isolani. Ist ganz konkret. Noch ganz kurz. Ich frage euch wieder hier. König F8. F4. Wohin zieht der Springer? Ja. Nach C6. Gutes Feld. Läufer B5. Und wie spielt man jetzt? Schwarz am Zug. Okay. Wahrscheinlich habt ihr irgendwie Richtung A6 gedacht. Würde ich sagen von der Mehrheit von dem, was bei mir bei der Aufgabe rauskam. Ist in Ordnung. Aber ein Profi würde hier sofort einen anderen Zug spielen. Nämlich König E7. Direkt zack. Wir wollen doch eigentlich nur den König nach D6 bringen. Wenn der Eimer hier steht, alles in Ordnung. Und der Witz ist, Weiß hat hier in der Partie den besten Zug gespielt. Nämlich Läufer schlägt C6. Das stand sowieso auf der Agenda. Und warum sehen wir gleich, wenn wir A6 spielen, dann verlieren wir einfach ein Tempo. Weil Weiß nimmt auch. Und das kommt aufs selbe hinaus. König E7. Läufer C6. Was war die Idee? Naja, mit dem Läufer nehmen wir relativ schlecht. Weil jetzt hat man trotzdem noch den Isolani. Und zum Beispiel Turm C5. Weiß macht direkt Druck drauf. Will verdoppeln. Da ist es doch besser. Wir schlagen hier mit dem Bauern zurück. Verbessern die Struktur. Jetzt haben wir so eine klassische Stellung. Nach Turm C5 zum Beispiel. Sieht nicht schön aus. Ich gebe es zu. Wir haben einen Läufer, der ist vom Bauern eingekesselt. Aber steht auch im perfekten Abstand zum Springen. Also nimmt den Felder. Und ganz, ganz, ganz wichtig. Wie spielt Schwarz am Zug? Ja. Es gibt zwei Züge, die gut sind. Aber tendenziell wäre ich hier schon mit König D6 sehr zufrieden. Einfach den König hier hinstellen. Dann deckt man alles. Und die Stellung ist auch Remis ausgegangen. Also es kam nicht König D6. Aber die hier. König D6 kam einen Zug später. Und Weiß macht keinen Fortschritt mehr. Er ist Schwarz. Was will Weiß überhaupt in dieser Stellung? Darauf kommt man, was in der Partie von Schwarz gespielt wurde. Weiß würde gerne B4 spielen und die Stellung fest nageln. Hier. Schön auf den schwarzen Feldern. Hier ist B4, aber noch gar nicht so stark. Wegen irgendwie auf den B-Bauern gehen. A5 öffnen. Aber das ist nicht so wichtig. Es kam in der Partie aber erstmal A5. Und dann König D6. Was auch sehr stabil aussieht, weil man erstmal Raum gewinnt. Und auf einmal hat der A-Tour ein bisschen eine Aufgabe. Also zusammengefasste Lehren aus diesem Video sind für mich, die ich euch unbedingt mitteilen wollte. Plant unbedingt euer weiteres Vorgehen, bevor ihr euch festlegt, wohin ihr die Türme stellt. Damit kann man wichtige Zeit sparen. Und hat auch schon mal einen Plan für die Partie. Kann sehr geradlinig sein. Wie im ersten Beispiel erinnert ihr euch noch, als wir hier mit den Türmen auf die F&E-Linie gegangen sind und dann getauscht haben und F5 gespielt haben. Hammer Partie. Oder auch hier Platz für den König machen. Typischer Plan. Ich habe noch viel mehr von diesen Beispielen für euch. Und wenn ihr Lust darauf habt, kann ich gerne noch ein Video dazu machen. Oder ihr kommt einfach zu mir ins Gruppentraining. Ist wie immer unten verlinkt. Sind gerade Plätze frei in allen Gruppen. Für alle Spielstärken. Danke fürs Zuschauen. Liked das Video. Abonniert den Kanal. Ich freue mich so, dass ihr hier seid. Und wir sehen uns übermorgen zu einer richtig guten Partie. Ciao.